Ja, hallo, ich bin Lars, ich bin Choreograf und Regisseur und habe zum wiederholten Male die Ehre und die Freude, bei einer Produktion von Tatjana Rehse, vom Schauspiel, dabei sein zu dürfen als Choreograf. Und ja, was kann man beim Schauspiel choreografieren? Es gibt da nicht nur Tänze zu stellen, die auch natürlich nicht als Extratänze dort eingebaut sind, sondern als Teil der Handlung, aus der Handlung hervorgehen, sondern es gibt Treppenstürze, es gibt verrückte Prügeleien, es gibt Schlägereien, es gibt Verfolgungsjagden. Lasst euch überraschen.